Ah, okay, ich verstehe. Was ist das denn? Eine Spinne? Aha. Hätten wir vielleicht die Fackeln doch besser hier gelassen, ne? Naja. Leute, nehmt das Portal. Ähm... Ja, wir haben jetzt hier... Warum... Ah, ich verstehe. So, die Holzwände mal ersetzen. Boah, das geht jetzt aber richtig schnell. Ah, Versteckemauern. Das funktioniert doch. Finde seltene Metalle. Was? Ah, na gut. Ähm, dann grab das weg. Und das, und das, und das, und das, und das, und das, und dann hier. Dann findet noch mal seltene Metalle. Ist ja nicht so, als wenn wir davon schon extrem viele gefunden hätten, aber nein. Es ist ja nicht so, als wenn dein Iglesik ausgewählt hat, weil es nicht so interessant ist. Ich finde seine Metalle. Was habt ihr denn immer für Pathfinding-Probleme? Deluxe! Was für ein Zwerg mag kein gutes Essen kochen. Koche etwas zu essen. Aber ich habe doch gerade erst gekocht. Na gut. Und weil ihr es seid, liebe Zwerge, koche ich euch etwas. So. Könnt ihr euch glücklich schätzen. Sieht jetzt schon ein bisschen affig aus, ne? Mach mal so. Ich baue das hier unten ab. Upsa. Ähm, hier. So. Schön die komplette Steinmauer hier rausnehmen. Zapp, 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 zapp. Und dich. Und dich. Und dich. Und dich. Ist hier das Portal wieder weg, oder was? Okay. So, wo sind meine ganzen... Ah, hier oben, ne? Ja. So, dann kommt das jetzt da... Moment. Ersetzen. 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 Da. Und da. So, das brauchen wir da jetzt nicht mehr, dann können wir das da noch hinlegen. Ersetzen. Ersetzen, ersetzen, ersetzen. Schönes Haus aus Stein. Wieso macht er das da oben nicht? Da geht doch. So. So. Ach so, dahinter ist er noch. Entschuldigt. Sehr schön. Wo haben die jetzt eigentlich das Bier hingetan? Was kann ich denn jetzt mit dem Bier anfangen? Kann ich das da auch drauflegen, oder was? Ernsthaft? Na gut. Und ich hab doch diesen großen Tisch gemacht. Ist der jetzt mittlerweile fertig? Er ist fertig. Wie groß ist denn mein großer Tisch? Klein. Ziemlich klein. Irgendwie. Na gut. Dann soll es eben so sein. Das kann man da auch schon... ...abernten. fällen, fällen, fällen. So, der große Tisch wird jetzt platziert. Und ich hab doch jetzt so viel Holz wieder übrig. Dann können wir doch hier unten noch ein bisschen Kleiderschrank. Das ist ja witzig. Ein Kleiderschrank kann man hier bauen. Und wir haben sogar noch genügend Bretter. Danach muss ich noch ein paar Bretter herstellen. Und so. Nein. Hier mit. Hier mit. Hier mit. Und hier mit. Okay. Okay. So. Wie gesagt. Jetzt haben wir so viel Holz übrig. Da können wir doch mal eben... ...ein bisschen... ...hier unten wieder auffrischen. So. Machen wir mal bis hier. Und wieder zurück. Ey, sag mal nicht. Die haben ja jetzt das ganze Bier weggesoffen. Leute. Was macht denn ihr? Chillt mal mit dem Fressen. Typisch Zwerge. Ja. Ich sammle das dann mal schön ein. Das sieht hier schon richtig schick aus, würde ich sagen. Das Auge schläft. Und jetzt ist es weg. Okay. Ein verschwindendes Auge. Ah, der Schreiner ist wieder am Hantieren. Was sagt denn der Techbaum zu uns? Der Techbaum sagt... ...Kleiderschrank ist fertig. Soll jetzt noch platziert werden. Und das machen wir hier. Und das machen wir hier. Und der Hackenton. Gut. Was wollen wir denn noch als nächstes machen? Irgendwas mit diesem Spiegel hier. Haben wir den schon gebaut? Ach, den haben wir sogar schon gebaut. Sehr gut. Und dann können wir den ja da hin platzieren. Was macht denn der eigentlich? Komfort, okay. Da kommt der Kleiderschrank. Schrank. Info. Mehr Komfort. Gut, dass ich ein paar Bretter gemacht habe. Die brauchen wir nämlich jetzt. Ja, ja. Der gute Jabo hier wieder vorausschauend gespielt. Ist unglaublich, oder? Was sagt ihr dazu, Leute? Unglaublich gut. Ich will mich ja nicht selber loben, aber... Boah. Techbaum. So, jetzt kommt ein dekorativer Spiegel. Kommt vor fünf. Noch mehr Holz. Alles klar, weißt du Bescheid. Wir haben es mittlerweile an Holz. So, der muss auch gebaut werden. Das Ding kann gefällt werden. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir ein Portal hier rüber. Und... Ziehen hier mal... ...in den Krieg gegen die Bäume. So. Sehr schön. Da kümmert sich einer schon drum. Und dann... Und... ...gib-gib-gib-gib! Mein Jott sind das fleißige Gerlchen, wa? Sehr schön. So, hier können wir eigentlich auch ein Portal machen. Dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. So, da haben wir noch... ...ein bisschen Wasser, was wir ernten können. So, hier fehlt noch ein bisschen Hintergrundmaterial. Holz, um genau zu sein. Aber da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Wir gucken mal, was uns die nächste Quest sagt. Schrank Weizenkorn. Ach, wir sollen Weizenkörner herstellen. Upsa. Ist das eine Quest? Oh Gott. Mühle. Oh wei. Das sind zwei Steine. Das sind dreimal Holz. Einmal Nägel. Und Bretter. Haha. Seht ihr mal? Vorgesorgt. So einfach. So einfach geht das. So, Mühle. Bauen wir da hin. Ich habe mir das Gefühl, dass ich expandieren muss. Wie meint das denn? Ach ja. Komm. Mühle einfach gebaut. Und wir machen jetzt Mehl. So. Ganz einfach. Aus den Körnern. Nicht aus dem Getreide selbst, sondern aus den Körnern wird das Mehl gemacht. Sehr interessant. Brötchen. Brötchen. Kohle und Mehl. Ah ja. Da macht er schon Mehl. Habe ich eine Müller? Ist das der Müller übrigens? Schreiner, Koch. Helga. Müller. Mahne. Bist du gerade da, Mahne? Spar. Naja gut. Nicht ganz. Was geht jetzt hier wieder ab? Wo ist hier gekämpft worden? Sehr schön. Alles ab. Alles ab. Da muss ein neues Portal hin. Sehr gut. Okay. Gucken wir mal weiter. Was können wir noch herstellen? Den Schrank. Haben wir den mittlerweile? Ach, wir haben mittlerweile den Schrank. Schrank, dann stellen wir den Schrank doch auch auf und am besten tun wir das hier. Ah, geht nicht. Hier? Ah, da können wir hinbauen. Sehr gut. Und da können wir ein bisschen Fleisch drauflegen. Nein, nicht entfernen. Und wir haben noch ein bisschen Bier, das weiß ich. Das können wir da noch mit draufpacken. Ach, die hauen sich doch direkt in den Kopf, ey. Unglaublich. Schrank mit Glastüren. Jetzt wird sie aber langsam, äh, ein bisschen viel Schrank. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Ich will noch ein paar Bretter bauen. So. Irgendwie kriegen die das da nicht geschissen, dieses eine blöde Holzding da einzubauen. Irgendwie kriegen wir das jetzt hin. Neue Aufgabe. Baue Schrank mit Glastüren. Koche Brötchen. Baue dekorativer Spiegel. Baue eine Schmiede. Und schmiede etwas. Hör, ich hab doch schon eine Schmiede. Verstehe ich jetzt gerade nicht. So, Kohle. Mehl. Brot. Aus Brötchen mach ich jetzt Brot, ja? Boah, der ist aber richtig schnell hier, ey. Krasser Typ. Drei Stück in der Zeit von einem. Brot. Mach ich auch aus, auch aus Mehl. Dann muss ich nochmal, ups ja, ein bisschen Mehl machen. Und wir haben doch noch ein paar Weizendinger hier. Da können wir doch nochmal ein bisschen von den Körnern machen. Oder aus den Körnern. Können wir doch, wie wir wissen, dieses Getreidezeugs anlegen. Das machen wir auch. Bretter werden hergestellt. Dingens, jetzt muss ich eine Schmiede machen? Eine Schmiede. Wo ist sie? Wo ist die Quest? Grüß Gott. Grüß Gott. Vielen Dank.